hallo und herzlich willkommen zurück zur spark challenge so ich habe die schnauze voll was diese blöden endermänner angeht ich werde ganz fürchterlich werde ich werkzeug mitnehmen ich werde wenn wir mal hier mitnehmen vorsichtshalber könnten eventuell den brauchen dit falls wir auf obsidian stoßen die damen war hier schaufel nehmen wir auch mit heute noch irgendwas ah ja ich brauche zwei ema wasser ich brauche zwei ema wasser jammer ein ich glaube ich habe und ich brauche dann wie viel eigentlich ich brauche ich brauche ich brauche sticky piston brauche ich brauche sticky piston und davon ein paar so acht oder so haben wir hier noch tun haben wir hier noch offen haben wir hier noch klebriger drei könnten hochreichen wir über latschen müsste ich mir erst noch die komischen links bums holen die 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 schleim bälle genau der zweite einmal wasser haben wir hier hoch noch so schienen brauchen wir nicht wir nehmen uns mal noch vorsichtshalber noch mal eine workbench mit könnten wir eventuell auch brauchen mit material zum basteln das haben wir alles unten so ich werde mir jetzt hier eine mopfalle basteln ich habe nämlich die schnauze voll aber so richtig muss ich mal gucken wie ob die runter gehen sollen hier könnte das natürlich hier so muss ich erstmal kicken aber noch kann man ja ausleucht noch brauchen wir jetzt immer ja keine monster noch brauchen wir unsere ruhe wie viel haben wir denn ja eigentlich schon 1 2 3 4 5 6 7 naja ist ja ein bisschen was weil ich möchte nämlich da oben das müsste eigentlich reichen genau so machen wir das machen wir nämlich zu das war jetzt scheiße könnte theoretisch könnte das reichen kommen wir hier noch runter ja kommen wir noch aber nee das werden wir mal nicht machen das wäre jetzt blöd dann gehen wir lieber in die andere richtung so erstmal zumachen erstmal hier eine mauer machen hier so ach redstone habe ich vergessen ja ich muss mir sowieso erstmal noch eine kleine bahn gelegen ich muss nämlich hier mir eine kleine spur ziehen um dann die sticky pissen zu aktivieren mal gucken wie weit da überhaupt rauskomme hier was haben wir jetzt hier eigentlich noch naja gut ein paar haben wir noch muss ich echt mal gucken wie ich das mache ok wo bin ich jetzt hier ahja hier bin ich dann müssen wir mal gucken wie wir es am besten hinkriegen weil nee ich brauche acht pissen ich brauche acht so ich müsste nämlich bitte zu nee so scheiße so müssen wir machen genau dann sind die nämlich dauerhaft aktiviert er muss noch ein höher machen scheiße genau 1 2 3 4 5 6 7 8 so und so dann haben wir hier nämlich denn die steine so hier haben wir die steine ja dann kommt hier die unendliche wasserquelle hin die werden von oben gepowert jo naja noch 1 2 3 4 5 6 ach komm machen wir einfach wir haben es doch ist ja nicht so dass er uns an irgendwas mangeln würde wenn gerade schon wieder nacht ist aber ich habe gerade echt keine lust mehr hier auf anderen männer zu warten die sowieso nicht kommen habe ich jetzt eigentlich alle da was brauche ich denn alle ich brauche holz ich brauche clean stone oder pflaster stein was brauche ich denn nur eigentlich ich brauche jetzt noch 1 2 3 4 5 6 glas 1 2 3 4 5 6 hallo spinne ich brauche holz und dann haben wir noch das 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 und dann brauche ich noch bruchsteine haben wir hier ich brauche aber clean stone da ist er hm wo kommen die alle her hier hundis ihr seid cool so 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 steinziegel die sind alle schon geformt ahja so ich meine mich richtig zu erinnern wenn ich das 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 so dann war das irgendwie so und so und dann war das so oder so ne war auch nicht war doch mit normalen stein so man geh weg da na wie war denn dit na ich hab vergessen ach mit eisen dobbig war dat ne äh hab ich eisenzweige drinne hier na wer sagt es denn ich hab vergessen wie man es dick die Pisten macht warte scheiße ich weiß wir hatten dit einmal so und dann könnte dit so gewesen sein und dann war das irgendwie so und so oder so und so ok vielleicht doch mit clean stones oh scheiße ich hab es vergessen ich weiß es nicht mehr verdammte axt wie war denn dit hmmm wie war denn das ich hab es vergessen ich hab es vergessen ich hab es vergessen verdammt so nicht wundern ich mach das nur um wirklich alles voll zu kriegen ach wie war denn dit mit dem das war doch unten war dat nicht so ich bin bescheuert sag mal na glas scheibe nee das war mit glas oder war das mit eisen und redstone ah na wer sagt es denn man muss nur geduld haben äh wo hab ich denn oh ne ich sag ich muss unbedingt muss ich hier aufräumen ich muss hier tatsächlich boah öl bau ab ich muss tatsächlich das lager hier auf eins bringen sonst läuft mir hier echt noch ein wolf so 1 2 3 4 5 6 haben wir auch dann nehmen wir noch ein bisschen redstone mit dir könnte reichen könnte reichen könnte reichen könnte reichen hmmm da da sind sie quatsch übereinander auch noch wählerisch okay so haben wir den auch was bauen wir jetzt noch ein schalter wahrscheinlich wobei ein schalter ist nicht so doch ein schalter beug auch bei dem knopf könnte es ja eigentlich auch tun ne wir brauchen schalter weil ich muss ja die auf dauer strom halten so weil ich hier im inventar drin werde mir doch klemmen hier na so ein schalter haben wir oh äh ein repeater ein repeater ein repeater ein repeater habe ich noch einen repeater irgendwo rum zu liegen denn ihr werdet es nicht glauben aber ich habe tatsächlich vergessen wie man einen repeater macht peinlich 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 halt macht man so selten ey hm wie war denn das ich da noch irgendwie erinnern kann ne halt wie war denn das mit stein irgendwie irgendwie so hm gut gucke ich zur nächsten folge nach das hält jetzt zu sehr auf ich werde erstmal halt ich werde erstmal zack den töten ne ich werde erstmal ganz freundlich die kolben setzen die kolben setzen so vor allem ob du mit ideen kommst hier genau ne ne da wollte ich nicht hin wollte hier hin so dahin 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 und dahin ich zeige ihnen zu viel gemacht ne das oreal steine steine okay okay so jetzt muss ich die erstmal irgendwie auf power kriegen das ist gar kein problem geben warte mal wenn ich jetzt schon mal kriege ne das klappt noch nicht das muss ich wirklich erstmal wirklich erstmal umdrehen aber ist egal macht ja nichts kriegen wir hin kriegen wir alles hin so also ich hoffe dass meine idee jetzt eigentlich auf geht geht die auf wüsste es eigentlich oh das war jetzt wieder schön blöd mhm dann so und theoretisch müsste jetzt sind jetzt hier so mache ich hier so so wenn wir jetzt den hebel hier hin machen müsste ja eigentlich schon mal alles auf gehen ja genau so soll es sein das heißt wir werden uns hier schon mal einmal wasser so hin machen dann werden wir hier noch die zweite wasserquelle machen äh na geht doch so 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 und so so bitte geht doch wenn ich den jetzt ausmache leuchtet wasser hoffentlich dahin naja so beleuchten wir hier einfach mal da kann nichts passieren denn haben wir hier die bruchsteine älter bin schon wieder bei 16 minuten hier wollte ich eigentlich ja nicht aber das mache ich jetzt noch schnell zu ende so wenn dieser dus da ist wasser irgendwo in den wasser eigentlich jetzt hin ist okay dann haben wir das da so dann machen wir das nämlich noch hier so zu so 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 jetzt haben wir hier noch etwas schönes da haben wir noch welche das das man nicht sieht hier mäßig aber auch nicht und wehe das funktioniert nicht so dann sollen die jedenfalls hier runter gespült werden dann die fackeln müssen wir noch abmachen oder was ist ein bisschen hell da oben aber ja ich würde sagen das machen wir einfach nächste folge jetzt streckt sich hier nochmal in ein paar minuten bedanke mich für zuschauen und dann sehen wir uns morgen garantiert wieder bis dahin freunde und tschüss dann mal mal ich brauche